Du bist schon in den komplizierten Gegnern, glaub ich. Meinst du? Nein. Ja, vielleicht sollte ich anmerken. Ach Gott, wie heißt das? Was genau? Schnelle, bewegende Bilder. Epilepsie? Epilepsie-Warnung vielleicht ist hier angebracht. Ich hoffe, keiner von euch hat Epilepsie. Äh... Have fun! Geh in den Speicherbockler. Oh. Poink, poink! Na! Okay. Gut zu wissen! Ah nein, warum der Computer nicht? Oh, sorry. Ich finde es auch sehr cool. Ich finde es auch sehr cool. Nein! Auf den Speich. Oh, zu wieder. Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Ja! Oh Gott. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Boink, boink. Boink, boink. Boink, boink. Boink, boink. Ah, das ist dieser zweite Sprung dann. Ja, der ist halt im anderen Rhythmus. Hier ist da. Hier ist da, da und da ist da, da. Oder so. Wow. Ah, okay. Hallo? Hier musst du steuern. Nice. Na! Da oben ein bisschen. Syntax Error. Ist fast wie Windows. Ja. Okay, viel Spaß. Okay. Okay, okay. Das ist geil. Na! Oh, in die Fresse. Boink, boink, boink. Okay. Okay. Das ist safe. Oh, ho, ho, ho. Nein. Du, du, du. Nice. Alter. Oh, Schande. Wieso gehen wir eigentlich hin und her? Oh, schande. Oh, schande. Oh, schande. Nein. Ah. 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 So knapp. Ah. Okay, das ist zu. Zu enthusiastisch. Ja. Ne. Ah. Ah. Nein. Ah. 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 Man sieht, warum das Spiel VVV heißt. Ja. Es sind sehr viele Vs dabei. Ah. Das ist ja fast perfekt gewesen. Ah. Das war, aber man muss es ziemlich perfekt machen hier. ja nur nicht zu weit fliegen oh Gott ich komme total dich neinander pass auf, pass auf, pass auf also warte, die da oben ist immer durchgängig da boah, das Soundtrack ist echt cool, ah das war doof der ist halt so leicht bit mäßig aber auch ziemlich geil ach warum wieso mach ich immer diesen fehler ich werde erst beim zurückhüpfen werde ich das ach so willst du es machen, ok ja too soon, too soon close one ich komme dich neinander, ich komme dich neinander wo bin ich? ich gehe noch ein bisschen weiter nach oben, dann kommt der nächste Bildschirm ok oh wie gut, da ist noch ein Teleporter das habe ich geschafft, aber da komme ich nicht durch den benutzen wir jetzt, oder? ja, wenn du willst da ein Teleporter, den du gar nicht benutzt hast aaaaaaah das ist aber cool, da kannst du dann da hinreisen, oder? du kannst zwischen allen Teleportern hinreisen, das ist gut das ist nice, aber bei dem waren wir schon aber da sind wir unten lang gelaufen, anstatt oben ok, ok warte, geht es da noch irgendwo lang? ja, wir waren da du bist da unten lang ok, dann 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 gehen wir da hin, oder? ja dann schauen wir mal, was da oben oh, oh, ben na, hallo oh, okay ähm ich hasse Rätselspieler, habe ich schon gesagt das ist kein Rätsel, das ist einfach nur research note so access to the control center is still possible through the main atmospheric filters oh cool, also auf jeden Fall alle Bildschirme einsammeln ja, die geben Infos oh, ich finde die Musik einfach gut oh, ich finde die Musik einfach gut oh, cool oh, cool das ist mein Rätselspieler wir haben einen schweig Dschinken eine aus 20 ein Dschinken 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 gering Okay. Okay. Jesus. Jesus. Congratulations. Zwei. Zwei Trinkets. Jesus. Nein, nein, das war so. Vorhin beim ersten Mal. Zweites Mal. Ja, komm, beim ersten Mal bist du einfach wieder zurückgeflogen. Schweichern, Schweichern. Okay, have fun. Oh Jesus. Hui. Ich habe irgendwas vergessen. Ja, genau. Oh. Oh, okay. Wie soll man die aus dem Hintergrund erkennen? Das ist echt kackegrad. Du bist auf jeden Fall schneller als sie. Hi. Tschö, dich kennst du denn. Nein. Alter. Na. Nee. Okay. Warte vielleicht eine halbe Sekunde, dann ist der Rhythmus anders. Na. Didum, didum. Nice. Nice, nice, nice. Ja. Ach, das ist schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Kannst du einmal so durchswitchen. Fast. Wie cool wäre das gewesen. Oh, komm mal schon. Ach, das ist schon. Ach, das ist schon. Oh, komm mal schon. Nice. Yes. Huh. Nein. Nein, der Speichelpunkt. Nein. Ach, komm schon. Bit, 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 bit. Wenn die Steuerung ein bisschen weniger schwammig wäre. Nur ein bisschen. Ja, probier mal auf der Tastatur hinwirst. Tastatur ist wahrscheinlich ziemlich genau. Nein. Bist kein Tastatur-Mensch oder was? Ah, ich habe schon ganz gerne mal einen Kontroll- Oh, Leinand. Okay. Das war's doof. Blut, blut, blut. Oh, ich dachte schon nur. Oh, oh mei, oh mei, oh mei. Ähm. Have fun. Ha, ha. Alter, letzter Pixel. Letzter Pixel. Oh, warte, wie muss ich denn da durch? Nicht so. Fuck. Alter. Like a pro. Like a pro. Oh, Jesus. Ah, das war doof. Äh, wo musst du hin? Durch die Mitte. Ja. Holy crap. Warte, warte. Ah. Du musst dann da umdrehen. Holy crap. Der Lukas, der macht das einfach. Der macht das einfach. Ja. Der macht das einfach. Ja. Du cool. Oh, I know. Oh, I know, Captain. Now you're stuck in here too. It's okay, I'm here to rescue you. Let me explain everything. Well, I don't understand any of that. Oh, well, don't worry. Follow me, everything will be alright. Sniff. Really? Okay, then. Why so blue? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, da links. Da ist ein Portal. Yay. So einfach was. Woo. Philadelphia Experiment. Ich mag das Spiel. Da ist ein Crewmember gerestcued. Oh, drei sind noch übrig. Drei noch übrig, ja. Oh, der Soundtrack ist einfach geil. Ja, alles gut. Nein, da geht's raus in Space. Ja, fuck. And back. Nein, hier genau. Hey, warte, wir waren, glaube ich. Nein, du musst ihn doch zurückbringen. Wir waren doch schon zurück. Ich glaube, du musst ihn noch ganz zurück. Ach, ja, okay, mach weiter, mach weiter. Stimmt schon, stimmt schon. Hast ja recht. Waren wir hier? Warte, Karte? Karte, Y. Ah, ja. Nee, da waren wir noch nicht, okay. Kommen wir das bekannt vor? Nein, okay. Glück auf. Ah, cool. Ah, da waren wir aber nicht, okay. Das ist cool. Ah, das Spiel ist schon irgendwie nice. Wie cool. Ein Teleporter. Und spielst du es privat noch ein bisschen weiter? Äh, was? Nein. Fuck. Hier war ich schon mal sogar tatsächlich. Es wird witzig. Nein. Also ich habe es schon mal gespielt, das Spiel. Nicht durch. Um Gottes Willen, nicht durch. Ja, fuck auch schon. Ich glaube, ich habe dann hier aufgegeben. Okay. Aber ich bin die Route wesentlich früher gegangen als du. Also ich hatte noch keinen zusätzlichen gerettet gehabt. Okay. Okay. Man darf auch nicht so schnell sein. Oh, da ist ein Toppen. Ja, ich muss verpasst. Scheiß. Egal, wir kommen ja noch mal in den Raum rein. Wenn wir wollen. Was machst du? Ich habe keinen Schimmer. Was machst du? Das war das Einfachste von allem. Komm schon. Okay, das hat mich jetzt. Das hat mich schon die Zeit gekostet. Ja. Du musst alle perfekt. Na, das war es. Das war es. Kriegst du nicht hin. Du hast aber nicht gespeichert. Nein. Das war aber geil. Nein. Und hier noch mal die Warnung für alle Epileptiker. Das ist vielleicht nicht das Spiel für euch. Na, komm schon. What the hell? Oh, ich muss da. Da musst du ganz warten. Oh. Du kannst doch rüber. Da gehst du ja mit dem Bildschirm. Oder so. Na. Na, verdammt. Ja, verdammt. Ah, komm schon. Klöse noch. Ne, das funktioniert nicht. Du musst es schon umdraun. The Tower. Na, verdammt. Geschlafen. Da, 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 da. Da, 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 da. Hahaha. Hau, ha, 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 ha. Hau. Hm? Nach rechts, nach rechts. Ah, oder so. Wenn du nach rechts riechst, kommst du vom linken Bildschirm wieder her. Ach so. Weiß ich gar nicht. Hast du auch vorhin schon gemacht. Wann? Als du gelaufen bist? Ach, kommst du schon zweimal über dem Bildschirmrand raus? Musstest du? Ah, das war's doof, aber. Too fast. Too furious. Komm schon. Die Musik ist schon richtig, richtig. Ja. Nice. Schade. Na. I'm on the end. I'm on the end of glory. Nein. Nein. So, Gott. Boing-ping, boing-ping? Nein. Komm schon. In den Stachel. Oder so. He did it, guys. He did it. Nein. No, that was not on the right. Okay. Oh, das ist, das ist, das ist, das ist. Ah. Hahaha. Ah, wie er grinst. Okay. 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 Oh, das ist geschafft. Oh, wie gut. Das ist oben am Tower. Und da ist auch schon red. Seeing red. Um, uh, 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 Captain. I am ever glad to see you. I thought I was the only one to escape this ship. Uh, Vermillion. I know you'd be okay. Okay. So, what's the situation? I see. Well, we'd better get back then. There's a teleporter in the next room. Singlets. Building a board. Hold. Boom! Schaffen wir das heute durchzuspielen? Schafft es der Lukas? Schauen wir mal, wie weit ich komme, oder? Zwei fehlen noch. Okay, press action to continue. Aber ich laufe auch zupflegerweise halt einfach die richtigen Wege. Das ist einfach scheiß Glück. Hm.